Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr eurer Samsung Notes Notizen mittels der OneDrive Cloud synchronisieren bzw. einfach speichern könnt. Hierfür gehen wir in die Samsung Notes App und können oben links auf die drei Striche gehen. Dann sehen wir hier unsere Ordnerübersicht und hier oben dann auf Einstellungen. Dann sehen wir hier den Punkt Samsung Cloud synchronisieren. Der ist aber nicht so interessant, weil das demnächst abgeschalten wird, dieser Samsung Cloud Dienst. Aber wir können es auch mit Microsoft OneNote synchronisieren und genau darum geht es jetzt. Jetzt gehen wir hier mal drauf. Erste Schritte, hier können Sie auf Ihrem Gerät Ihre Notizen synchronisieren. So. Dann kommen wir hier auf die Microsoft Seite. Hier müsst ihr euch mit dem Microsoft-Control anmelden, bei dem ihr euch auch bei Microsoft anmeldet. Dann müssen wir bestätigen, ob wir uns hier bei Samsung Notes anmelden wollen. Müssen wir auf Weiter. Und dann wähle ich hier oben jetzt einfach mal alles aus. Das bedeutet, dass alles, was jetzt hier in meiner Samsung OneNote Cloud ist, quasi auch synchronisiert wird. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich hier auf Zurück. Und dann sehen wir jetzt schon, okay, die letzte Synchronisierung ist am 31.05. geschehen, weil ich das schon mal eingerichtet hatte. Die ist ein. Wir können jetzt synchronisieren, also dass jetzt genau dieser Stand synchronisiert wird. Und jetzt sind wir schon fertig. Können die Ordner auch im Nachhinein nochmal auswählen. Können gucken, ob wir Roaming synchronisieren wollen. Das habe ich jetzt aus. Ich habe eh keine SIM-Karte im Tablet. Von daher ist es egal. Und über Abmelden können wir die Synchronisation auch wieder beenden. So, so einfach geht es. Die Synchronisation ist jetzt auf dem Tablet eingerichtet. Die Samsung Notes Daten sind jetzt im OneDrive von Microsoft hinterlegt in der Microsoft Cloud. Es ist jetzt so, man kann zwar sehen in OneNote, das zeige ich euch gleich noch, dass diese Dateien auf jeden Fall synchronisiert sind. Man kann sie aber nicht irgendwie aufrufen. Und das Herunterladen habe ich auch nicht geschafft. Es ist halt dann interessant, wenn das Gerät kaputt geht und man meldet sich dann einfach wieder beim neuen Gerät auch wieder mit seinem OneNote Konto an. Mit dem Konto, das man jetzt hier auch hinterlegt hat bei OneDrive. Und dann kann man quasi alle Dateien wieder zurückholen. Und für nichts anderes ist das eigentlich gut in meinen Augen. Denn diese Synchronisation, dass man auf mehreren Geräten bearbeiten kann, das geht auch. Ich habe auf meinem Handy die gleichen Notizen wie auf meinem Tablet. Aber auf meinem Windows-Rechner kann ich darauf leider nicht zugreifen. Zumindest Stand heute. So, wir befinden uns jetzt hier in OneNote für Windows 10. Das ist die App. Und wenn wir jetzt hier auf Feed öffnen gehen, dann sehen wir hier rechts gleich, dass ich mich anmelden muss. So, und wenn wir dann einmal angemeldet sind, dann sehen wir hier alle Dateien, wie ich sie auch in Samsung Notes habe. Und das bestätigt zumindest, dass die Dateien auch wirklich im OneDrive gesichert sind. Man kann sie hier auch über Samsung Notizen exportieren, exportieren. Ich habe aber keine Ahnung, wo die hingeladen werden. Und dementsprechend kann ich da jetzt nicht wirklich weiterhelfen bei Fragen. Aber so funktioniert die Samsung Note Synchronisation und sie sind auf jeden Fall in der Cloud irgendwo hinterlegt. Und wenn ihr euch mit eurem Samsung Gerät wieder anmeldet und dieses Konto hinterlegt, sind die Dateien auch wieder auf dem Tablet drauf. So, ich hoffe, dieser Tipp war für den einen oder anderen hilfreich, dass ihr so die Daten von eurem Samsung Note sichern könnt, für den Fall eines Geräteteffekts oder ähnlicher. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.